hallo und herzlich willkommen zurück zu gibbos ja in der letzten folge haben wir es endlich geschafft und haben die tür hier frei gelegt und dann schauen wir mal was sich hinter der tür verbirgt ach so ja klar wir waren ja schon mal hier drin ich bin ja auch so doof moment das ist aber neu erstens der kaffee ist weg zweitens der typ schläft was ist denn das leeres glas mit genau kommt zu papa müssen wir mit ihm vielleicht auch noch mal ach so moment können wir hier ich glaube reden kann ich mit dem nicht dachte ich mir schon schlüsselbrett können wir wahrscheinlich wieder nicht benutzen wenn ah moment i'm frankly afraid now was trotzdem ein ja dann halt nicht is that crazy guy outside gone friend hoff well i guess thanks are in order forgive me if i sound reluctant i just come to trust you cultures less lately hoppala völlig verständlich natürlich completely understandable we got our fair share of dummies the kind of dummies what sucker punch you no warning happened recently right where we stand mister ah yeah no more respect for small businesses yeah not to mention the big franchises moving in and cannibalizing us little guys right cannibalism uh i mean i i'm just trying to eat here you know oh yeah absolutely so uh what could i do you for a friend did a guy named piavra happen to drop by your fine establishment no offense brother i'm smart enough to know i ain't supposed to be saying who's who and who ain't who especially in these tense times you know oh i completely understand and i appreciate the honesty i wouldn't call the atmosphere tense exactly more like completely insane oh you're just too trustworthy for me to keep my guard up ain't you yeah that's piavra passed out in the armchair over there i meant the ugly rumors about the meal strange oh never mind just my big mouth get me in trouble again uh-huh the meal huh yeah i keep hearing troubles afoot trouble huh url knew that psycho butcher was trouble from the get-go but oh no elders know best too much talk of double crossing down the abandoned factory the last few hours you know what i'm saying where there's smoke there's fire huh daggone forgive me for talking out of school but if that good for nothing meat cobbler really denies the dreamer his meal well there just ain't no point to nothing anymore wouldn't want the dreamer to go hungry would we not after all the blood sweat and tears went into raising that thing cthulhu for talking uh-huh are there any rooms available yeah i feel the capacity you don't seem happy about that well well i should say business ain't been as uh satiating as it could be so uh you're full but uh not really huh yeah that that's a good way to be putting it to be sure yeah what are your thoughts on the festival tell you the truth it's kind of a disappointment so far scrawny cultists most of them and always roaming the streets and don't seem to ever go to sleep in their rooms like they supposed to i mean it's a festival people hardly sleep during these things ugh oh they don't do they the dreamer brother you're trustworthy and all and i like you on a personal level but this thing's too big for us to be yapping about yeah makes sense sorry for insisting for talking i'll be on my way okay also wenn ich das ne nicht standuhr ach so halt stop eins wollte ich noch ausprobieren ähm schlüsselbrett nur schlüsselbrett ach so da ist kein so much meat so little time können wir eigentlich nach oben? wahrscheinlich nicht ne? ah ne es ist auch gar nicht mehr drin okay vierze können wir auch nicht benutzen also genau schiefpiovra den sollen wir ja eigentlich mitnehmen ne? äh das dreht sich ja grad so schön fest warte also du kannst ihn nicht mitnehmen wieso leuchtet das hier unten eigentlich so? du kannst ihn nicht mitnehmen weil er festhängt Moment was haben wir denn alles dabei? ein Stiefel, Glas, Brechstange vielleicht? hm ich denke der Chiefs Outfit könnte ein bisschen Lubrikation erst Schmiermittel ah Moment ich hab doch jetzt ein Glas ne? hallo? äh kann der? er kann und er hat uns ein Glas Öl ne? finde ich auch ich hoffe es ist das gute WD40 ne ich glaube eher das ist das Öl was aus dem Auto ausläuft also hier äh Motoröl oder keine Ahnung hat das Auto noch was anderes außer Motoröl? ich glaube nicht ne? also anderes Öl meine ich jetzt ok das scheint die Brechstange zu lösen hat auf Piovra's rotund frame und jetzt die Brechstange oder? sicher ich kann ihn raus aber wie kann ich ihn tragen? jetzt müssen wir auch noch was suchen zum transportieren ah Moment da fällt mir aber was ein boah wo war die? ähm die war hier oder? ne das sind die Leute ok das war doch die falsche Richtung ähm aber das eine war doch am Strand ach ne da sind jetzt zwei Straßen oder wie war das? da können wir jetzt rein hallo? ich hab gesagt da rein ja 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 genau kann ich auch nicht direkt nehmen mh Joey du denkst du du denkst du das wheelbarrel für ein minute? oh man ich würde aber ich würde aber ich würde auf meinen dadern auf meinen dadern nachher etwas 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 zu expressen und er ist so gegen das alles alles weiß und das ist wie er ist ich hab das ich hab dieses namensschild diesen stiefel diesen angelhaken die brechstange ja die brechstange brauche ich noch ach so den angelhaken ach du scheiße we can't hate on that it just screams fisherman what do you say that is so gnarly dude awesome phew alright then you think i could get that uh wheelbarrow for a couple of minutes sure dude knock yourself out man this is gonna look so sick woot woot yeah uh maybe clean it a bit before sticking it in your lip i don't think it's entirely sanitary as is aha thanks don sure thing hey before i go äh ich hab ja das jetzt eher so gedacht dass er jetzt sowas sagt wie ey ich bin doch verantwortungsbewusst und äh ne ich hab das gegen angelhaken ausgetauscht das wird doch meine meine berufung bla 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 als piercing hatte ich's jetzt nicht gedacht you ever heard of someone called the butcher who hasn't but officially i have no idea what you're talking about there's a lot of whispers of betrayal and all kinds of crazy stuff and everybody in the eod is a lot more on edge than usual but none of them are right in the head so who knows really yeah this place is crazy no doubt er sagt derjenige der immer noch mit socken in der gegend rumläuft what do you know about the meal look man i shouldn't either know or be telling you this but a lot of the fish that my dad and most fishermen in town catch go straight into the meal the fish or the meal no you square the meal is what they've been raising over in kraken bay duh oh oh so uh what is it don't know don't care and i wouldn't look too closely into it if i were you just saying do you know anything about the uh the dreamer oh man don't say that out loud they don't like that well paradoxically they speak his name out loud all the time but geez careful you mean Dagon bigger than Dagon broham much bigger anyway it's just a dumb delusion like everything else the order warships but it keeps me popping business so you know aha aha later joey don't blow my cover all right watch your back donny boy okay ach die schubkarre steht schon hier ja cool mussten wir zumindest auch nicht rüber laufen so time to pop a cultist out of an armchair so geht's auch well here we are in the presence of chief piavra porca vacca buh hard to tell how present he really is but it's him all right ain't no discussion about that all right go right ahead and pescatore yeah well i'm convinced he's long gone but if by some dark miracle you do get a hold of him show him what the eod does to traitors oh show him good you betcha see you later peshe let him through boys Cthulhu for Dagon all right i was in a cold blueish green light revealed parts of rusty machinery here and there everything else was drowned in inky black probably as black as the butcher's deeds but that remained to be seen i was in just one regret i'll never know who randolph really was mhm so hab ich gedacht es schwingt ja eine seiner unendlich langen reden und ich könnte mal einen schluck kaffee trinken da hört er auf einmal auf es ist eine einen schluck in dieses uh dieses Ding aber es ist wie schluck als Nacht klappt wohl nicht, oder? Okay, Motorhebel, Einlassventil, was haben wir denn hier, Motor, Behälter, den habe ich nicht gesehen. Ja, wir haben jetzt kein Öl mehr, das ist jetzt weg, vielleicht können wir das aufbrechen. Ich habe ein Elektrowerkzeug, das Ding ist ein Akkuschrauber, okay, gut, ähm, okay, ja, hätte ja sein können, dass sie da irgendwas, okay, beim Motor dann wahrscheinlich auch nicht. Dachte ich mir schon, dann zieh mal den Hebel. Glaubt nicht, habe ich mir schon gedacht. Ähm, gut, da wir hier sonst nirgendwo hinkommen, können wir dann ein Loch in, können wir nicht, okay. Ah, Moment. Das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Okay, ähm. Ähm. Oh, war das jetzt ein kluger Spruch. Mein Gott, ich glaube, welches, ich glaube, ich weiß, welches Kind das ist. Ähm. Ich bin Bodenbelagsinspektor. Ähm. 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 Okay, hier ist noch eine Leiter. Ah, hier ist noch ein Hebel, okay. Erstmal gucken. Geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Naja, dachte ich mir schon. Mal schauen, funktioniert das denn? Natürlich nicht. Wie komme ich jetzt wieder runter? So, das Problem ist... Moment, jetzt kann ich nach links, oder? Ah. Ah, Unterbrechung, improvisierter Schlafbereich, riesige imposante Tür. Wie Unterbrechung? Muss ich denn hier... Hallo? Da. Hätte ich ja sagen können. Ich weiß es nicht. Sleep more, work more, rise more. Sleep more, work more, rise more. Okay. Das glaube ich dir. Ich denke mal, die versuchen wir jetzt aufzumachen, oder? Lock it! Lock it! I am the shut up! Locked from the inside. Hm. Dachte ich mir. Aber... Wenn wir doch hier nichts machen können. Und da tut sich ja auch nichts anderes mehr. Motorhebel, Einlassventil... Achso, Einlassventil? Ah ja. Die Frage ist... Können wir damit irgendwas machen? Kommst du damit vielleicht dran? Nein. Ich kann es nicht erreichen. Oh, nicht. Aber wenn ich die Hebel doch nicht benutzen kann. Ich wollte eines dieser riesigen Metallrohre absenken, aber der Motor braucht Treibstoff. Ja, ich habe aber keinen Treibstoff. Ich könnte was von dem Öl vielleicht noch holen, aber ich komme hier nicht mehr raus. Das ist halt das Problem. Motor. Oder muss ich mit ihr nochmal sprechen? Unterbrechung, Schlafbereich. So, ich kann höchstens... Ja, dachte ich mir schon... Nee, mit ihr kann ich auch nicht mehr sprechen. Ja, was willst du sonst tun? Das ist jetzt die Frage. Ähm... Ich habe ja nur die zwei Sachen. Wo war die Unterbrechung jetzt? Ich kann es nicht finden, was sie mit Unterbrechung meinen. Wahrscheinlich meinen die hier diese... Nein, nicht da... Oh... Wahrscheinlich meinen die da mit den Riss, wollte ich eigentlich gesagt haben. Nein, ich wollte das nicht. Er hat es schon gemacht, oder? Aber ich kann doch jetzt nichts mehr machen. Das ist ja jetzt gerade mein Problem. Ja, toll. Aber ich habe halt keins dabei und ich komme ja nicht mehr zurück. Das ist mein Problem. Ich nehme mal an, irgendwo hinter der Luke könnte was sein. Habe ich das schon gemacht? Funktioniert auch nicht. Ja, vielleicht hier durch. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja so verbunden, oder? Ne, ne? Das war jetzt ein Scherz, oder? Das ist, glaube ich, kein Problem. Moment. Achso, ja, ja, ja. Ja. Ich wollte ja gerade an die Nieten ran. So. Ach, da unten links stehe ich. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn überhaupt? Müll, ah, Benzinkanister. Okay, na, ich kann nichts machen. Hallo? Da, Müll. Na, ich bin mir nicht sicher. Flüssigkeit in einem Rohr. Eiswürfel. Okay. Ja, Entschuldigung. Wir probieren es aber trotzdem. Ja, ich weiß nicht. Einer ist in Komme. Oh! Äh. Äh. Ähm. Okay. Allow me to introduce myself. I'm quite sure that my name is Otis, but I'm afraid much of my biography is as much a question mark to myself as it is to you. I'm not wrong in surmising that this is the first time you're engaging in conversation with the human-octopus hybrid, correct? Yeah, I'm, uh, I'm kind of at a loss for words here. Don't worry, Mr. Octopus Person. I like you. You're kind of a fishy, so you're okay. Ha ha! Well, yes, young miss! I assume I am. Aren't I? Please, call me Otis. Nice to meet you, Otis. I'm Basila, and this guy over here is Don. He's a private detective. Yes, she believes me. But anyway. So, Otis, how'd you become an octopus hybrid? I mean, of course, if that's not too painful to discuss. Oh, not at all! Details, I'm afraid, are pretty sparse, since amnesia seems to be a side effect of the process. I do remember my name was Otis, and I, well, I died. I'm afraid I can't remember the circumstances. I did wake up at the hands of these persons that were operating on me. Strange sensation, to be sure. But I was alive again. Quite a blessing, sir, I assure you. Okay. You have a quite the positive outlook on life for a, a talking head. How could I not? I was dead, and now I live! Is there a greater joy imaginable? I think not! That's a refreshingly positive attitude. Thank you! I was always an optimist, and as you can see, good things have happened to me! Indeed. And if you want to see that, yes. Did you see the butcher? Yeah. Did you? I'm afraid I don't know what butcher you speak of. Well, everything's a bit foggy, you understand. All I can remember are masked men rushing about with all kinds of strange instruments. Their speech was muffled, so it was pretty hard to make anything out, I'm afraid. Dang it. I do remember them referring to me as a dry, if that helps at all. Trockener. Have I ever heard that? A dry. Any idea what that means? One can only assume it has some negative implications, but that's pure speculation on my part. Do you know where the laboratory is? Yes, I do. You don't want to go in there, do you? Indeed. We're chatting away when we should be getting out of here at this very instant. No one's going anywhere until we reach the lab. Oh dear, I must be frank with you, young miss. I intend to leave the premises as soon as possible and suggest you do the same. Come on, Otis, work with us. You ain't gotta go back in there, just help us get in. Oh, heavens. Well, alright. I suppose I owe you a debt of gratitude. The laboratory is right outside this chamber, and to the right. Yeah, also hinter der Tür, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Können wir nicht mehr mit ihm sprechen? Flüssigstickstoffspray. Okay, Eiswürfel haben wir hier oben noch. Wo sind die jetzt hin? Da. Ja, das dachte ich mir schon. Aber zur Sicherheit, ne? Not exactly ready to carry. Ja, für einen kurzen Moment. Flüssigkeit in einem Rohr. Oh. There's a blue liquid inside this tube. Liquid nitrogen, perhaps? Mhm. Not doing that. Hey kid, I think I thought of a way to get us past those huge doors, but... I need you to trust me. Okay? What do you mean? Ich brauche diesen Schnapp von deinem. Okay, ich vertraue dir. Du kannst mich nicht runterlassen. Das ist eine Erwachsenung, Priscilla. Okay. Er hat einen Weg gefunden. Müssen wir mit ihm eigentlich nochmal sprechen? Ja, ich auch nicht. Ich werde dir zurückkommen, Otis. Wie du wünschst, Herr Sir? Na gut, okay. Dafür würde ich allerdings gerne nochmal kurz... Komm ich hier wieder raus? Hallo? Ach, nach unten. Okay. So, die Frage ist jetzt, möchte er da drauf schießen oder möchte er vielleicht da drauf schießen? Na gut. Dann nehmen wir die Pistole vielleicht für was anderes. Keine Ahnung. Lassen wir erst mal Benzin rein. Trink auf, Big Buddy. There you go. Ups. Okay, dann probieren wir es mal. Na gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal hier oben hin. Ich habe ja keine Ahnung, was das für ein Hebel ist oder was der macht. Ich vermute einfach mal, dass der die Tür wahrscheinlich öffnet. Oder er macht was anderes. Hängendes Metallrohr. Im Moment erübrigt sich mir noch nicht so richtig, was der jetzt vorhat. Das ist ja toll. Das geht nicht. Soll man das abschießen? Ja genau, lass die Leute einfach da drunter stehen. Ach so. Okay. I suppose I can. To be perfectly honest, I'm shaking in my non-existent boots just at the thought of going back in there. Come on. You can do it, Otis. Yeah. You go, Otis. I appreciate your support, dear friends. Alright. Here I go. How about his glass? Oh dear. Oh lord. Oh, it's all coming back now. The pits. The horrible pits. The non-drys. The horrible gnashing and gnawing and... Oh, this is too much to bear. Oh god, what is that? Oh. Oh, what do you know? It's a coin. Oh, of course. No pockets to put it in. Great. Oh god, the abominations. Focus, Otis. Focus. Alright, it's open. Wow. Thanks, Otis. You are incredibly brave. Gee. Yes. Could I please go now? There are horrible things in there and I don't wish to spend another second in their vicinity. Where are you headed to, Otis? I, uh... Oh. It appears I really have no place to go, do I? Yeah. I thought that might be the case. Look, here's my office back in Tarkham. The key's under the doorman. Make yourself at home until you, uh... Think things through, alright? How exactly is he going to make it there without attracting attention? You're right. Hey, I have an idea. Piscilla, you should mail him to my address. You know, like a... Like a pet or something. But he wanna see the laboratory and save the fishies! G'no. You said it yourself. Otis is sort of a fishy. And he needs your help. Once you mail him, you can come back and we'll explore together. What do you say? I... I guess you're right. But don't explore too much without me, you hear? You can count on me, partner. Don't get ahead of yourself. See ya! Many thanks again! All the best! Ah, it's jolly good to get a second chance, isn't it? So many opportunities! Like? Hmm. Let's see here. Why? Why I could be on telly, my dear. The one true talking head out there. Yeah, I guess that's true. See, little one? Always keep a positive outlet. Ew! Ow! Just a second. Stepped in some oily thing here. Ew! Well, I guess it's slithered, actually, isn't it? You're funny, Otis. Well, that was surreal. All right. Let's see what secrets this place holds. Ja, und das werden wir auch tun. Aber, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir werden hier erstmal einen kleinen Cut machen. Nicht wirklich, damit wir die Stimmung ein bisschen aufrechterhalten können, sondern einfach nur, weil die Folge sonst viel zu lang wäre. Ich sag dann einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen und was sich im Labor befindet, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!